Bitte, sei eine Fünf-Sterne-Fahrt. Hey! Gruber? Ja, sei cool, sei nett. Hey, lassen Sie mich raten, ich soll sich so allen Serraconnas fahren. Koreatown, na los. Sekunde, muss ganz schnell wenden. Nein, reicht nicht. Gib Gas, Mann. Hat noch nicht gereicht, Augenblick. Noch ein paar Mal in und her, dann haben wir es. Stu, was ist los? Ich kutschiere den Kopf durch die Gegend. Wir sind auf einer Polizeimission. Wo bist du? Ich will, dass du herkommst. Ich brauch dich ganz dringend. Drei rote Rosen. Die Kleine ist ausgehungert. Ein bisschen näher! Ich hab ne Idee! Du hast echt dicke Eier. Rede nicht über meine Eier! Wir beide. Halt meine Eier doch aus! Wir sind ein Teamkumpel. Ich hab ihn! Ich mach das. Hallo Vermittlung, wir brauchen Hilfe. Jemand will uns killen. Hallo Vermittlung, wir brauchen Hilfe. Jemand will uns killen. Fuck. Fuck. Okay, okay. Drück ab, Stu! Mach ihn fertig! Stu, drück ab! Was wissen Sie? Er war ein komplizierter Mann. Er stand auf Blowjobs. Und zwar von hinten. Weißt du, wie schwer das ist? Natürlich. Was? Was? Nur im Kino.